Sieht so aus, als würde man alleine ankommen. Perfekt. Geht jeder hier mitten rein. So, wo ich ankomme. Perfekt. Das sieht echt gut aus. Hundertprozentig. Michael. Harald. Werner. Günther. Ich bin... Ich bin... Ich bin unten. Und seine Zweierweste. Oh, schön. AKM. Geiler Scheiß. Ich nehme an das Haus. Gute Sachen hier. Oh, mein Inventar ist schon voll. Ein Rucksack, yeah. Bei mir wäre noch ein Rucksack, falls noch jemanden braucht. Aber ich glaube, ich bin ein bisschen weiter als hier. Ich bin so weit. Ich bin hier oben bei den Mehrfamilien. Dingens. Schmerzmittel. Ihr wollt alleine nicht spielen, ja? Nein. Ist okay. Ist okay. Ich merke mir das. Weil du woanders droppst. Ja, jetzt bin ich's wieder. Ja. Ich werde ganz weit fliegen. Alles klar. Warum ging das schon wieder vorbei? Ich schließe mich jetzt mit den anderen Leuten zusammen. I'm friendly. Mhm. Mhm. Klappt bestimmt gut. Glauben ich auch. Das ist aber echt ein Rucksack. Nix. Wir sind sogar noch ganz knapp in der Zone. Das ist perfekt. Sehr gut. Sehr gut. Oh, Verbandstasche. Ich kann sie nicht mitnehmen. Noch jetzt. Sehr, sehr gut. Stufe 1. Bei uns. Das ist aber mal gut hier. Mit was? Bei dir das Geschrei hier? Da hat er da vergewaltigt. Der Fernseher ist ein bisschen lauter dann mal. Wegen reden. Ich habe glaube ich sogar noch eins. Ein Rotpunkt. Besser als nichts. Hier ist noch eine M416. Das ist geil. Ich habe eine MP5. Also eine UMP oder was. Um eine AKM. Für die AKM könnte ich ja gleich eine Mission geben. Ich kann da gerade nach Michael, also nach Chaos hin. Willst du irgendjemand was für ein Scharfschützengewerfchen mitnehmen? Jupp. Ich gehe noch hier in die Seite. Oh. Schüsse hier. Das war ich. Achso. Ich bin auf den Knopf gekommen. Alter. Noch eine Verbands-Tasche hier. Habe ich jetzt zwei. Oh. Hier ist eine M416. Hm. Habe ich auch. Ich nicht. Icke nicht. Was hast denn du? Ich habe die M416. Ah, wer ist das? Du hast eins. Das ist ein M416. Das hat das nicht. Das ist ja auch ein Level 2 Rucksack. Du für zwei Helm. Du für zwei Helm. Mann. Meine Munition habe ich für die M4 mitgenommen. Muss es doch noch irgendetwas besseres geben. Noch was besseres. Jetzt habe ich auch. M16 A4. Mit Rotpunkt G7. Das Rotpunkt G7 mache ich lieber da oben. Braucht jemand 9mm? Nicht mehr. Gut. Für die AKM habe ich auch noch 105 Schuss. 120. Für die M4 16. Oh, bei mir ist gerade lecky. Leck. Für die M4 16. M4 16. M4 16. Warst du gegenüber in dem Ballier, Martin, schon? Nee. Ich bin die ganze Zeit hier nur in dem Ding. Ich will Flinte. Eine Vector hier. Zone-mäßig haben wir bis jetzt noch Glück. Ach, Vierfachsucher. In sein erweitertes Magazin. Jetzt bräuchte ich einen größeren Rucksack. Geht nicht. Bei mir, wo ich bin, ist einer. Ich habe ein Level 2. Geht das größer? Ja, es geht noch größer, oder? 2 ist wahrscheinlich. Äh. Ist das immer noch bei dir? Eine Seite, unten, ja. Nee, ich meine... Achso, ich dachte ein Gegner wäre bei dir. Nee, 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 nee. Alles safe. Dann hätte ich geschrien. Hätte ich hysterisch gemacht. Ja, Gegner! Help me! Ich habe noch einen Holo, falls noch jemanden braucht. Nee. Dann wird das hier am Spiel liegen. War nix soll. Ich habe noch einen Vierfachsucher. Uh. Ich habe noch einen Vierfachsucher. Uh. Bisschen Grafik eingestellt hier. Alles runter? Naja, fast komplett runter. Ich habe die Sichtweite. Ich habe alles unten. Und die Sichtweite habe ich auf Mittel oder so. Oder hoch. Ich weiß jetzt nicht. Ah. Ah, ich habe eine Netzwerkverzögerung. Deswegen. Uh. Oh. Oh mein Ping ist gut. Da ist alles gelootet schon. Ich habe einen guten Ping. Aber, ich denke mal Download oder wo. ich habe jetzt schon mal das fahrzeug mäßiges oder so gesehen m16 a4 martin wenn du die willst ja die ist besser wenn du willst nimm sie ich kann denn noch ein bisschen muni geben ich habe jetzt noch was schickes dazu ich kann die vss das ist die munition kriegt nicht mehr rein dann nehme ich die noch mit falls du brauchst sagst du bescheid fünf noch was ich habe noch ein erweitertes schnellwechselmagazin ist recht ruhig boom dreierrucksack ist nix den brauch ich eigentlich nicht mehr ich habe jetzt vss martin vielleicht das ist nix denn wissend dieses polo-vizier erweitertes magazin erweitertes schnellwechselmagazin ich habe alles drin bei deinem 16 das ist noch ein skl ja ich habe eins dann würde ich jetzt hier das droppen ah danke muss man weniger ziehen wir sollten uns dann vielleicht auch langsamer in richtung zone begeben die ist nicht so weit nur dass wir das den blick behalten ich habe einen jähl hinterher jetzt habe ich hier noch die typen kreis hier ich bin da lang gelaufen und plötzlich gegen die wand gesprungen so internet mäßig so lange es so bleibt wie es jetzt ist bin ich zufrieden mehr als ausreichend einer von euch schon hier ja da bin ich doch getroppt ich habe da was rum rum um Das ist ein Skamot, oder? Guten Tag. Hallo. Hallo. Na du. Ist ja gar nichts. Oh, nur Müll. Ein 1er Rucksack. Mediket hab ich. Eine Weste, ein vertikaler Griff. Smokegranaten und AKM-Munition. Sonst ist da nichts. Dreck noch ein paar Heiser. No, no. Hier ist noch eine Verbandstasche. Kannst du mitnehmen? Nee, Platz voll. Ich hab schon zwei. Fuck, vor mir ist direkt einer. Zwei Stück. Oh ne, drei. Fuck. 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 Da kommen noch jemanden. Ich kann sie sehen. Wir sind umzingelt von, ich glaub es sind ein Doppelteam. Klasse. Mein Gott. Und jetzt? Die kommen rein bei mir. Wo bist du? Ich bin drin. Ja, da kommt einer angelaufen bei mir. Haha, jetzt bin nur ich da. Scheiße. Boah, den hätte ich haben müssen, Mann. Ist da eine Granate? Nö. Der liegt da auch. Nix da. Nix da. Also, Linie zwei. Die Kappel draus. Ne, Seitenraum. Vielleicht links noch einer? Hörst du jetzt zwei, gedaunt? Der rollen. Halt dich hoch. Ich gucke schnell, ob sie irgendwas haben. Ja, aber fangen wir nicht immer mehr mitnehmen. Müsstens bessere Rucksäcke. Lade auf jeden Fall mal nach. Oh, die Moli, Alter. Oh, Alter. Und bei mir, ich zittere. Oh, du. Ich muss aber hier auch weg. Mein Internet ist schlecht. Ist ja gar nicht immerhin dangerlich. Ich kann nicht. Es geht hier mir nicht. Oh, ich Oh! Das war eine Selecken. La 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 ach scheiße wo ist das gute frage ja ja sicher freunde vielleicht links ich glaube von da oben kommt das da kommen zwei stücke ach scheiße kopfschoss mitten durchs herz mit der k 98k ja